Hans Theimer Ding war ein deutscher Schauspieler, Hörspiel und Synchronsprecher. Leben Hans Theimer Ding wirkte verstärkt ab Mitte der 1950er Jahre in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Darunter befanden sich die Fernsehserie Schwäbische Geschichten von Fritz Eckart mit Willi Reichert und Oskar Heiler und zwei Folgen der Comedy-Reihe Komische Geschichten mit Georg Tommerler. Hier spielte er neben Georg Tommerler und Walter Kohut. In der Comedy-Show Dr. Muffels Telebrause verkörperte er von 1975 bis 1978 den namenlosen Moderator. Hans Theimer Ding war ab Ende der 1940er Jahre auch in sehr vielen Hörspielen als Sprecher tätig. In der Hörspiel-Adaption des Romans Der Revisor von Nikolai Gogol in einer Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1949 sprach er die Rolle des Schulrektors Klopov. Er arbeitete auch als Synchronsprecher. So konnte man Hans Theimer Ding unter anderem in dem Laurel und Hardy-Film 2 Ritten nach Texas als deutsche Stimme von James Finlayson hören. Hans Theimer Ding war mit der Schauspielerin Gerti Theimer Ding verheiratet. Gemeinsam hatten sie zwei Kinder. Filmografie 1938 Am Seidenen Faden 1955 Jimmy und das Glück 1955 Der Spazierstock 1957 MRS Channys Ende 1958 zu 1971 Sie schreibe mit 1958 Finney 1959 1959 Der Mann, der sich verkaufte 1959 Eine Geschichte aus Soho Die Stimme aus dem Hut 1960 Der Eingebildete Kranke 1960 Die Polizei 1960 Meine Frau für eine Stunde 1961 Zu viele Köche vier Folgen als er waren 1961 Herr Raymond kommt nicht 1961 Familienpapiere 1962 Eine Nacht in Venedig 1963 Schwäbische Geschichten Das Rathauskind 1964 Das Martyrium des Peter Ohai 1964 Der Protest 1965 Das ist Sternschnuppe Orient Teppiche 1965 Undine 1965 Ankunft bei Nacht 1966 Die Hallungenspielunke Eine vergnügte Geschichte mit viel Musik 1966 Der Mann aus Brooklyn 1967 Ein Florentiner Hut 1967 Hochzeitsnacht 1967 Krambels letzte Chance 1967 Seine Durchlaucht Der Schneider 1967 Der Deutsche Meister 1968 Graf Joster gibt sich die Ehre Die letzte Expertise 1968 Geld für Montevasal 1969 Komische Geschichten mit Georg Thomala Tommy und der Krimi 1969 1969 Der Vetter Basilio 1969 Gauner Gelder und Giraffen 1970 Unsere Pauker gehen in die Luft 1970 Fröhliche Weihnachten 1971 Toni und Veronika Wettersturz am Teufelshorn 1971 Komische Geschichten mit Georg Thomala Tommy und die neue Wohnung 1971 Ein toller Dreh 1972 Plonk 1972 Butler Parker Geschäft mit der Angst 1975 zu 1978 Doktor Muffels Telebrause Acht Folgen als Moderator 1979 79 Zwei Mann um einen Herd als Herr Müller 1984 Deutschland Tournee Hörspiele 1949 Tödliche Rechnung 1949 Mein Sohn Eduard 1949 Der Kampf mit dem Engel 1949 Der Revisor 1950 Helium 1950 Der Halbe Weg 1950 Die Junge Monkada 1950 Protokolle der Familie F 1951 Schritt ins Weltall Utopie und Wirklichkeit 1951 25 Uhr 1951 Einer zahlt seine Schuld 1951 Herr Richter, das ist mein Kind 1952 Der Fall Axel Petersen 1952 Das Sonderbare Telefon 1952 Wer einmal aus dem Blechen abfrisst 1952 Kleider ohne Leute 1953 Dissonanzen 1953 Alte Frau im Grand Hotel 1954 Rendezwa aus mit dem Erfolg 1954 1954 Karo 1954 Es liegt was in der Luft 1954 Verweile Wanderer 1955 Schwein ist Schwein 1955 Das seltsame Manuskript 1955 Die Glücklichen 1955 Mein Haus ist meine Burg 1955 Der Dackel mit dem Schlapphut 1955 Die Heiligen gehen in die Hölle 1956 Ein Gefangener 1957 500 Drachentaler 1957 Liebeslügen 1957 Abenteuer im Abteil 1957 Die verpfändete Herzogin 1958 Mehrengen vor Ithaka 1958 Der Walzer der Toreos 1958 Der Nobelpreis 1958 Alice im Wunderland 1959 Vier Elefanten auf dem Lampenschirm 1959 Kurzer Prozess 1959 1959 Liebe und Pistolen oder des Widerspenstigen Zähmung 1959 Alte Dame zu begleiten 1959 zu 1970 Kriminalrat Obermus erzählt 1960 Die Tore des Sommers 1961 Die Überstunden des Simon Papplinger 1961 Damals im September 1962 Der Krabtackenzipfel 1962 Die Vögel 1962 Geweißenbisse 1962 Hampelmann sucht eine Wohnung 1963 Tanz ums Geld 1963 Die Trumpfkarte 1963 Das Geräusch 1963 Der Tod des Philatelisten 1963 Der Lockvogel 1963 Die Totenseelen 1963 Leons und Lena 1963 Fleet Street Story 1963 Raubmord 1963 Besuch im Pfarrhaus 1963 Schneeschmelze 1964 Winter im Wolkenkratzer 1964 Die Zerstörung Roms 1964 Die Letzte Rast 1964 Das Geheimnis von Schloss Greifenklau 1964 Satans Ende 1964 Unmann, Wittering und Ziegow 1964 In eigener Sache 1964 Eine Weihnachtserinnerung 1965 In jenem Jahr 1941 1965 1965 Die Sechste Frau 1965 Echt Englisch 1965 Ein Abbruchunternehmen 1966 Die Glücksfamilie des Monats 1966 Das Vollkommene Verbrechen 1966 Andrea Sölfern 1967 Die Erbschaft oder der gute Onkel Albert 1967 C.H.A.C.H.A.C.H.A.C.H.A. Erste Die Stadt denn verschlossen 1968 Blinde Mäuse 1968 Jahrestag eines Mordes 1968 Edward's Erben 1968 Die Gemüsekiste 1968 Die Zerhandlung 1968 Anna und Vasily 1969 Die Kur 1969 Sturm auf Badachos 1969 Priester Jensen System oder Eingang und Ausgang 1969 Wir unterhalten uns bloß 1969 Mund hin und zurück 1969 Rachels Lied 1969 In dem Haus 1969 Hallo Mord 1969 Radiografie 1970 Morde ohne Mörder 1970 Übertragung des ersten Aktes 1970 Sonntags am Meer 1970 Unser kurzer Sommer 1970 Das Netz 1971 Testamentseröffnung 1971 Adam Riese und der Große Krieg 1971 Verlorene Illusionen 1971 Zeichne die Café Catee an die Tafel 1971 Das Phantom von Paris 1971 Der DRA DRA Die große Dracht-Töterschau in acht Akten mit Musik 1971 Achtung! Gefährliches Laboratorium 1971 1971 Die Zeit kommt für uns alle 1971 Der Fall Sebatinsky 1971 Mike Lastrom aus 1972 Höhere Gewalt 1972 Ende gut alles schlecht 1972 H.E.H.E.H.E. ihr Mädchen und Frauen 1973 Harte Eier 1973 Stunde der Liebe 1973 Prozesse der Zukunft 1973 In allerhöchster Not Elias Dersch 1973 Eva Markulis klagt oder Alpha und Asphalt 1974 Kreewinkel 73 1974 Einladung zum Besuch unseres Münsters 1974 1974 Fogustchen sein Haus Gespräche mit dem Ofen 1974 Pentakhinin 1974 Stiefmütterchen 1974 Der lange Marsch 1974 Die Glücksschuhe 1974 Kopfjagd 1974 Endstation 1975 Annika auf dem Flugplatz 1975 In 5000 Jahren 1976 Topografie einer Ehe 1976 Unfallursache 1978 Die Wäsche im Garten 1979 Konflikte am Arbeitsplatz 1979 Über den Umgang mit Geld 1982 Das Souper findet nicht statt 1982 Schatten der Vergangenheit 1982 Wo bleibt Vanameka 1982 Tante Talies Gastgeschenk 1983 Goldhähnchen 1984 Eine reizende kleine Frau 1984 Zwischenbericht 1985 Musik im Kaffeehaus Zimmermann 1986 Forst 1986 Mord im Regen 1986 Früh Erkennungszeichen Schwarze Aktentasche 1986 Eine glückliche Verwechslung 1986 Das Kochbuch der Ida 1986 Ende gut alle gut 1987 mit sanfter Gewalt 1987 Die vier Jahreszeiten Der Winter 1988 Grafgeo oder die Suche nach dem guten Ton 1989 Alle suchen Winnetou Die vier Jahreszeiten Die vier Jahreszeiten Die vier Jahreszeiten Vielen Dank.